This is Tuck. Entry Team. Negotiations have fallen apart. You're in my way, sir. Suspects are highly volatile. Ziemlich tragisch. Ja, mal schauen. Hoffentlich funktioniert es diesmal besser. Wir sind auch diesmal bei einem anderen Startpunkt. Nämlich hier bei der Strasse. Und dann kommen wir gleich hier rechts rein. Weil wir vorhin entlang gelaufen sind. Und wenn diese Garage da zu kommen. Links müssen wir auch aufpassen, dass da nichts ist. Und dann kommen wir hier rechts. Und dann kommen wir hier rechts. Die Türke sind gerade elf. 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 Die Türke sind gerade elf, finde ich. Die Türke sind gerade elf. Die Türke sind gerade elf. Leute, ihr könnt ihn doch nicht so sichern. Wir müssen hier wieder raus. Das ist zu gefährlich. Die Türke sind gerade elf. 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 Oh mein Gott. Kettzwerger ist dead. Öffnen auf der leften, öffnen auf der Front. Ich habe ihn zu sprechen. Seine. Was ist der Bildschirm? Okay, er ist down, ja. Ich muss raus. Oh, shit. Sie sieht alles so doof. Okay, ich will still was. Bleu. Äh, links. No. Also ja, das schon. Aber dann. Sicher mit, äh, Blank. Ja, doof, wenn der hier durchläuft, also. Red. Okay, wo ist die Waffe? Habt ihr die schon? Locked. Not happened. Blue Team. Okay. Öffnen und Blankanate. So, der Team kommt mit. Stay on me. I got you. Haben wir schon einen Officer verloren? Also, die KI spielt manchmal echt nicht mit. Warte. Wo ist der zweite von blau? Da ist der zweite. Dann öffnen mit Blankanate. Aber noch nicht ausführen. Und Rot kommt mit. Wir gehen da vorne raus. Okay, ausführen. Und Rot geht nach da vorne mit Blankanate. Sie geht! Kommt jetzt ernsthaft hier alle durch. Natürlich, weil die es wieder mal nicht geschafft haben. Ach Leute. Wir gehen da vorne. Wir gehen da vorne. Wir gehen da vorne. Wir gehen da vorne. Es reicht! Haben wir schon wieder einen verloren? All good. Evidence good to go. Oh. Die spielen einfach nicht mit, so wie ich möchte. Arrest him. Moving into handcuffs. Chem light out. Und dann Türstopper. Die Tür. Die Tür ist bereit. Okay, einer ist hier hinten, mitten in der Ecke, was absolut gar keinen Sinn macht. Kurz müssen wir die Area durchsuchen. Okay. Da ist eine offene Tür. Okay, dann Kaffeln bitte. Was machst du? Ach man. Auch hier Türstopper bitte. Was erzählen die da von Carver footprint? Okay, Magazin voll. Haben wir alle vom Team hier? Wo sind die anderen zwei? Okay, da kommt er. Wir gehen hier rechts vom Truck lang. Ich kann euch sagen, irgendwie habe ich jetzt schon wieder ein schlechtes Gefühl, dass wir das hier nicht lebendig schaffen werden. Blue Team. Okay, mit der ist rot. Ich kann euch rein. Ich kann euch rein. Ich kann euch rein. Auch nicht. Ich kann euch rein. Das ist eine große Herausforderung. Ich kann euch rein. Gut. Wir müssen schauen, dass er von draussen nicht reinkommt. Das ist alles schlecht hier, wir müssen raus. Ähm, in Diamantenform bitte? Kurz schauen mit Munition. Ist er dead? Habe ich ihn erwischt? Das ist die grosse Frage. Wahrscheinlich ja nicht. Ok, die Tür ist... Die ist mal zu, würde ich gerade sagen. Ne, die ist nicht zu. Das ist shit. Reloading. Irgendjemand fixiert ihn bitte. Äh, war das ein Zivilist? Ich weiss nicht. Ich weiss nicht, ob ich jetzt einen Zivilist getötet habe. Ok, die Tür ist gejammt. Kann ich ganz kurz mal hier schauen. Ey, die Mission hier ist echt äh... Nicht so nice für... Nur ein Fünfer Team. Das ist alles echt nicht gut. Ich weiss da hinten. Ich weiss da hinten. Ganz hinten ist ja eigentlich die Tür nicht gejammt richtig. Aber sonst haben wir gleich keine Doorjams mehr. Wenn wir... Wenn wir jetzt schon keiner mehr haben. Ich hoffe mal die gehen jetzt nicht irgendwie auf die Strasse raus. Weil dann wäre es doof. Für uns. Hier vorne war auf jeden Fall wohin noch jemand. Mit Zivilisten, die sich nicht entgeben hat. Ah shit. Von wo? Ja. Ich bin ganz gut. Sorry, ich bin ganz gut. Oh, Gott. Oh, Gott. Und ich sage, hoffentlich gehen die nicht auf die Strasse raus. Ja gut. Wir müssen damit in eine andere Taktik rein. Das Problem ist, ich habe jetzt wahrscheinlich keine Teamkollegen mehr, die halbwegs okay sind von der Psyche her. Mal schauen. Okay, doch. Drei Leute sind zufrieden. Die sind wahrscheinlich zurück von der Therapie. Und alle anderen sind ängstlich. Ach du meine Güte. Ja gut. Wir müssen damit in eine andere Taktik rein. Ich weiss nicht, welche Taktik. Ja, ich schaue mir das beim nächsten Mal an, bevor wir das spielen. Ja, ich würde sagen, wieder ein erfolgloser Einsatz. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nicht gewusst, von wo die Schüsse kamen. Irgendwo. Ich dachte, von rechts hinten hinter dem Auto. Aber das war wohl falsch. Denn er stand direkt neben mir. Und dann ist meine Waffe der gegangen. Sehr doof. Ja gut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Radio Not. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim gleichen Einsatz. Haut rein. Tschüss. So, are you ready? Tschüss.